Yo Leute, die Nogabros sind wieder back am Start. Da wir von unserem alten Kanal, die Nogabros, gebufft wurden oder gebannt wurden von YouTube, dank eines gewissen, naja wie soll ich das sagen, Intro Maker, der das Intro natürlich geklaut hat und nur unseren Namen eingeblendet hat. Wir feiern jetzt ein Comeback mit den Spielen. Einmal Clash Royale natürlich, wie ihr gerade sehen könnt. Auch Clash of Clans oder Fortnite, also Fortnite ist ja momentan sehr beliebt und ihr wollt es wahrscheinlich auch sehen, also machen wir wahrscheinlich auch Fortnite oder so und manchmal auch irgendwie random Shit halt. Also ihr könnt ja mal vorbeischauen, was wir so alles machen. Genau Leute und hoffentlich, wenn wir wirklich wieder die 100 Abonnenten schaffen, das wäre so geil Leute, das wäre wirklich richtig geil von euch. Ja und wir könnten auch irgendwann mal wieder einen Livestream machen, also beim letzten Mal wollten wir es ja machen, aber wir wurden leider gebannt, aber diesmal könnten wir einen Livestream machen, also wie gesagt vielleicht Fortnite oder so. Dann könnten Creepax und ich zusammen ein bisschen spielen, Fortnite und vielleicht gehen wir wieder da auch. Genau, Livestreams werden natürlich auch kommen, weil ihr wisst ja, Fortnite ist zur Zeit ein sehr beliebtes Game. Und ja, lass dich überraschend. Ja also, ich würde sagen, das war es mit diesem kurzen Infovideo. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und tschau Leute.